Tag und Willkommen zu einem neuen Video. Wir stellen heute mal einen neuen Gaming Chair vor, beziehungsweise einige dürften den mit Sicherheit schon kennen, denn das ist der Game Changer und den gibt es jetzt in einer anderen Edition mit ein bisschen verändertem Design und zusätzlich dazu könnt ihr ihn gewinnen. Und das ist mit Sicherheit nicht schlecht für diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen und vor allem ergonomischen Bürostuhl sind, denn hier haben wir einiges dran, was das so ein bisschen besser macht gegenüber den eher günstigen Varianten von anderen Herstellern, die halt oftmals nicht so das Optimum sind, um es mal so zu sagen. Als erstes mal vorneweg, was ist hier neu? Also das ist die Cobra Edition, das heißt, die ist in Zusammenarbeit mit einem Sitzhersteller entstanden. Cobra ist der Hersteller, den dürften manche vielleicht kennen. Die bauen unter anderem Schalensitze, Rennsportsitze für FIA-Rennserien und so weiter. Also die sind ein namhafter Hersteller, ähnlich wie Recaro, nur in Deutschland nicht ganz so bekannt, werden aber trotzdem in vielen Rennserien oft verwendet. Natürlich bauen die aber auch Sitze für Straßenautos. Somit kann man da sagen, man hat vielleicht mal ein bisschen Design-Anlehnungen aus dem Rennsport genommen und in den Gaming-Bereich eingebracht, wie es eben bei anderen Gaming-Chairs auch der Fall ist. Wem das nicht gefällt, kann natürlich auch den ganz normalen Game-Changer nehmen, hier aber mal in dieser Edition. Das ist ganz einfach erkennen durch die Kontrastnähte in dieser Variante in weiß und die Aussparungen mit einem Netz dahinter. Ja, wie gerade schon gesagt, muss nicht jedem gefallen. Wie gesagt, wer lieber schlicht haben möchte, kann natürlich auch die ganze normale Variante in schwarz wählen. Und wir kennen es ja schon von Game-Changer, die Stühle sind quasi individuell anpassbar. Jeder kann sein eigenes Feature quasi, was er möchte, was er nicht braucht, abwählen oder dazu wählen oder eben auf die eigene Körpergröße anpassen. Zuerst mal gibt es drei verschiedene Größen, das heißt S, einen ganz normalen und einen XL. Und ja, das ist der Zwischenschritt, also der ganz normale hier zum Beispiel. Und natürlich dann auch dementsprechend verschiedene Optionen. Wir haben eine Gasfeder, die beispielsweise für größere Menschen geeignet sein kann. Wir haben die Wahl zwischen einem Fußkreuz aus Aluminium oder aus Kunststoff. Das ist auch so ein bisschen eine Preisfrage oder eben vom Aussehen her auch ein bisschen anders. Wir haben eine wählbare Lordosenstütze optional, die mit einem Rädchen herausdrehbar ist. Wir haben optional wählbar gepolsterte Armlehnen. Das ist durchaus ein schönes Gimmick, was durchaus einen besseren Komfort bieten kann. Ja, und natürlich, wir haben die Sachen, die sowieso schon dabei sind. Das heißt, eine Synchromechanik. Wir haben das ja schon in vielen Videos erklärt, unter anderem auch in einem Video, wo wir den Game Changer selbst vorgestellt haben, ganz detailliert. Das verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Da könnt ihr nochmal alle Features wirklich ganz genau erklärt bekommen, auch vom Experten. Denn dort hatten wir jemanden von Game Changer da, der uns das Ganze erklärt hat. Und ja, aber wie gesagt, das ganz Wichtige hier ist Synchronenmechanik. Das heißt, die Lehne bewegt sich relativ unabhängig von der Sitzfläche, was dazu führt, dass man sich im Stuhl quasi auch bewegen kann und nicht an einem Platz oder an einer Position immer festsitzt. Das ist gesund für den Rücken, vor allem bei einem acht Stunden Arbeitstag beispielsweise. Natürlich werden jetzt wahrscheinlich nicht so viele diesen Stuhl auf der Arbeit benutzen. Aber beim Gaming ist es ja so, dass man da auch mehrere Stunden meistens vor dem Rechner sitzt. Und da ist es dann auch gesünder, sich ein bisschen zu bewegen. Und wenn man quasi das Ganze sich nur als ein Teil bewegt, dann bewegt sich der Körper zwar selbst, aber eben, ja, er wippt nur ein bisschen hin und her. Mehr eben nicht. Zusätzlich dazu haben wir für die Körpergröße ein bisschen, falls man dann doch nicht den XL hat, aber vielleicht mal jemand drauf sitzt, der dann doch ein bisschen größer ist, eine einstellbare Rückenlehne. Die ist höhenverstellbar, je nachdem, wie man es denn haben möchte. Das ist natürlich auch so ein bisschen Geschmacksfrage. Dazu gibt es natürlich ebenfalls wieder 4D-Armlehnen, wie wir es von den meisten großen Modellen ebenfalls kennen. Das heißt, die sind in alle möglichen Himmelsrichtungen verstellbar, wie man es eben braucht. Und ich denke mal, das sollte auch jedem ausreichen. Das Material, mit dem der Stuhl bespannt ist, ist in diesem Fall Kunstleder. Das ist atmungsaktiv, was wirklich sehr gut ist. Vor allem auch im Sommer hat man da keine Probleme mit einem schwitzigen Rücken oder irgendwas. Das ist da auf jeden Fall deutlich besser als beispielsweise manche Stühle, die dann so Kunstleder haben, was entweder sich nach einer Zeit ablöst, dass es ganz unschön oder eben ja einfach nicht atmungsaktiv ist. Natürlich gibt es die Option auch noch in Stoff oder eben in Echtleder. Dort kostet das Ganze aber nochmal ein gutes Stückchen mehr. Und ich persönlich finde, Echtleder muss es jetzt nicht unbedingt sein. Da reicht das ganz normale Kunstleder auch, zumal das ja relativ pflegeleicht ist. Und natürlich, wie immer bei unserem 20-jährigen Jubiläums-Gewinnspiel. Ihr findet das Lösungswort jetzt eingeblendet. Das gebt ihr auf pcgh.de ein. Und ja, den Link dazu natürlich in der Beschreibung und nicht in YouTube-Kommentare. Das bringt euch nichts. Und ja, ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Vielleicht habt ihr dann bald einen neuen Gaming-Chair. Vielleicht ein bisschen besserer Satz für den alten IKEA-Bürostuhl für 30 Euro bei manchen. Ich kenne das nur zu gut. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!